Remis bei Union Berlin, Tor des Jubilars reicht der Eintracht nicht. Im gestrigen Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt endete die Partie mit einem Unentschieden. Trotz eines herben Kampfes konnte die Eintracht keine drei Punkte einfahren, da der Jubiläumsspieler der Berliner für den Ausgleich sorgte. Die Begegnung fand im Stadion an der alten Försterei statt und war von intensiven Zweikämpfen und hitzigen Szenen geprägt. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich ein spannendes Duell ab. Die Eintracht, die mit hohen Erwartungen nach Berlin reiste, begann energisch und setzte Union früh unter Druck. Eintracht Frankfurt hatte in der Anfangsphase mehrere Chancen, um in Führung zu gehen. Jedoch scheiterte die Offensive am gut organisierten Abwehrverbund der Gastgeber. Union wiederum war zwar defensiv stark, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen. Mitten in der zweiten Hälfte dann der überraschende Auftritt des Jubilars. Der Spieler, der sein hundertsten Bundesligaspiel absolvierte, erzielte das erste Tor der Mannschaft, wodurch die Gäste aus Frankfurt mit 1 zu 0 in Führung gingen. Die Freude über diesen Treffer wehrte jedoch nicht lange, denn Union Berlin reagierte schnell. Nur wenige Minuten später gelang den Hausherren der Ausgleich. Ein präziser Schuss aus kurzer Distanz fand den Weg ins Netz und verhinderte somit, dass die Eintracht mit einem Sieg im Gepäck die Rückreise antreten konnte. Die Trainer beider Mannschaften äußerten sich nach dem Spiel zufrieden, trotz des eher enttäuschenden Ergebnisses für die Eintracht. Der Trainer der Eintracht erklärte, dass sie das Spiel kontrolliert hätten und die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat. Bedauerlicherweise mangelte es an der nötigen Effizienz vor dem Tor. Sein Gegenüber von Union Berlin bemerkte, dass sein Team Stärke zeigte, insbesondere beim Comeback nach dem Rückstand und lobte die kämpferische Leistung seiner Spieler. Dieser Punktgewinn ist für Union Berlin von großer Bedeutung, da sie sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren wollen. Hingegen bleibt Eintracht Frankfurt auf der Suche nach Konstanz in ihrer Leistung. Beide Mannschaften wissen, dass die kommenden Spiele entscheidend für ihre Saisonziele sein werden. Die Eintracht hat in den nächsten Wochen zahlreiche Herausforderungen zu meistern und der Druck, Punkte zu sammeln, steigt. Abschließend kann gesagt werden, dass die Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt ein spannendes und hart umkämpftes Spiel bot, bei dem beide Mannschaften alles gaben, um den Sieg zu erringen. Das Remis zeigt jedoch, dass in der Bundesliga alles möglich ist und jeder Punkt zählt. Autor Anita Farke, Sonntag, 27. Oktober 2024.